Das heutige Horoskop, Skorpion, 2. Dezember 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. In letzter Zeit haben Sie eine äußerst karmische Zeit hinter sich. Dies liegt daran, dass der mächtige Jupiter, der große Wohltäter und Planet der Expansion, der Wunder und des Segens, seit vielen Monaten in den Himmeln rückläufig ist. Die Anwesenheit von Jupiter in Ihrem Solarhaus der Partnerschaften hat bei Ihnen oder einer wichtigen Person einen Wendepunkt oder einen Perspektivwechsel herbeigeführt. Achten Sie darauf, was Sie jetzt spüren, um vorherzusehen, wie sich die Dinge ändern werden. Zum Glück wird im Jahr 2024 alles wieder in Ordnung sein und voranschreiten. Wie weit wirst du gehen? Es ist an der Zeit, sich damit abzufinden, über die eigene Komfortzone hinauszugehen, wenn der Wohnmond im Krebs im Quadrat zu Chiron Retrograd im Widder und im Sextil Uranus Retrograd im Stier steht. Möglicherweise sehnen Sie sich auf Ihrem beruflichen Weg nach Abenteuer, Fortschritt und Weiterentwicklung. Wenn Sie diese Dinge jedoch erleben möchten, müssen Sie auf Ihrem beruflichen Weg eine Umstellung vornehmen und etwas Neues ausprobieren. Es kann jedoch entmutigend sein, aus der aktuellen Routine auszubrechen. Allerdings muss man irgendwann seine Komfortzone verlassen. Je mehr Abstand Sie vom Vollmond in Ihrem Finanzsektor zu Beginn der Woche gewinnen, desto mehr beginnen beide Seiten des Finanzzauns zu profitieren. Das Machtgleichgewicht und die gesamte Aktivität auf dem Planeten liegen auf der Einkommensseite des Finanzzauns, aber der Mond hat Ihnen ein neues Bewusstsein und Zielstrebigkeit vermittelt, wenn es um Ihre finanzielle Situation und Geldangelegenheiten geht. Das Gefühl, dass Sie alles erreichen können, was Sie sich vorgenommen haben, ist heute stark. Achten Sie darauf, sich zu zentrieren. Ob bei einer Yogastunde oder einem Spaziergang mit dem Hund, es wird der Höhepunkt Ihres Tages sein. Mit Konzentration können Sie Ihre Energie in die höhere Kraft lenken, die Sie wirklich ist. Sie werden es genießen, sich mit Leidenschaft für die Menschen zu engagieren, die Sie lieben, und für die Anliegen, für die Sie sich einsetzen. Gönnen Sie sich den Vorteil, viel Wasser zu trinken, die dafür nötige Zeit und Mühe kann Sie zentrieren. Sie werden heute mit Sicherheit einen großartigen Tag haben, wenn Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Künstlerische Begabung und innovatives Denken sind für Sie sicher von großer Bedeutung. Integrieren Sie solche Dinge in Ihren Arbeitsalltag, indem Sie Ihrer Fantasie etwas Raum geben. Sie werden überrascht sein, was Sie alles erreichen können, wenn Sie für kurze Zeit auf den logischen Ansatz verzichten. Die Chancen stehen gut, dass Ihnen heute Lösungen für alte Probleme einfallen und das Ganze ein voller Erfolg wird. Den Mond als abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops mitten in der Arbeitswoche zu haben, klingt vielleicht nicht ideal, aber das Timing könnte nicht besser sein. Die heutigen Mondstimmungen und ihr freundlicher Aspekt zu Planeten in einem spielerischen und kreativen Teil Ihres Horoskops tragen dazu bei, den Überblick zu behalten. Da Venus in diesem Jahr der letzte Planet ist, der zeigt, wie gut Sie wissen, wann Sie Ihren Arbeitswut aufsetzen und wann Sie ihn abnehmen müssen, es geht auf die Probe. Da wir uns der geschäftigsten Zeit des Jahres nähern, könnte der Zeitpunkt nicht besser sein. Der Mond befindet sich nicht nur in einem abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops, während der verträumte Neptun in seiner rückläufigen Bewegung in ihrem romantischen Sektor in seine letzten sieben Tage geht, sondern auch, nachdem er dort gestern einen freundlichen Aspekt zu Saturn gebildet hat. Der Mond wird sich morgen direkter mit Neptun verbinden, aber schon jetzt entsteht eine Mischung aus Romantik, Abenteuer und Nostalgie, mit der selbst die Arbeitswoche kaum mithalten kann. Täglicher Planetenüberblick Unter dem nähernden Einfluss des abnehmenden Mondes im Krebs umgibt uns ein tiefes Gefühl der Zärtlichkeit und des Schutzes. Diese Mondenergie fördert eine bewusste Abkehr von externen Stressfaktoren und emotionalen Turbulenzen, die andere in unser Leben bringen. Die vorherrschende Launenhaftigkeit unserer Mitmenschen weckt den Wunsch, in unseren Kokonstruß zu suchen und fördert so ein Gefühl der Sicherheit. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, diesen Rückzug mit Achtsamkeit anzugehen und sicherzustellen, dass gesunde Grenzen festgelegt werden, die verhindern, dass andere sich emotional entledigen. Während wir diese Mondphase annehmen, stellt sich eine spürbare Entspannung ein, die die Lösung innerer Konflikte signaliert und die defensive Aura vertreibt, die uns möglicherweise umgeben hat. Die in dieser Zeit kultivierte innere Ruhe wird zu einem Magneten, der andere zu uns zieht. Verbesserte und vertiefte Beziehungen sind ein natürliches Ergebnis dieser neu gewonnenen Ruhe. Bei Freizeitaktivitäten ist es ratsam, sich auf den Spaß und nicht auf die anstrengende körperliche Anstrengung zu konzentrieren. Finanzielle Bedenken könnten einen Schatten werfen und dazu mahnen, eine schlechte Stimmung nicht durch impulsives Einkaufen auszugleichen. Solche Exzesse erweisen sich als wenig hilfreich und gefährden die für liebenswichtige Dinge benötigten Mittel. Es wird empfohlen, bei Investitionen umsichtig vorzugehen und riskante Unternehmungen zu meiden, um potenzielle Verluste zu verhindern. Nehmen Sie eine maßvolle Haltung ein und halten Sie sich zurück, um die finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Das Erkennen der Auswirkungen von Worten und Taten auf andere wird deutlich, was den Zeitpunkt für gemeinsame Unternehmungen günstig macht. Ihre Qualitäten, insbesondere ihr verständnisvolles und sympathisches Wesen, werden geschätzt und fördern die Stärkung bestehender Beziehungen und den Aufbau neuer Verbindungen. Scham wird zu einem sichtbaren Vorteil und zieht die Bewunderung ihrer Mitmenschen auf sich. Der geschickte Umgang mit Finanzangelegenheiten steht heute im Vordergrund und öffnet die Tür zu vielfältigen Investitionsmöglichkeiten. Eine erfolgreiche Zukunft hängt von gut durchdachten Ideen ab und auch bei der Suche nach Schnäppchen ist die Fähigkeit, zwischen günstigen und ungünstigen Angeboten zu unterscheiden, von größter Bedeutung. Ergreifen Sie Chancen, bevor Sie ihnen entgehen und beweisen Sie finanziellen Scharfsinn. Am finanziellen Horizont ergibt sich eine doppelte Chance. Die Vorfreude auf die Einkommensseite wächst und wartet auf die positiven Auswirkungen der bevorstehenden Rückkehr von Mercury in ihren Berufsbereich. Gleichzeitig wird das Vertrauen im Finanzbereich gestärkt, da sie in der kommenden Woche auf die Ankunft von Venus, dem Planeten des Geldes, in ihrem Finanzsektor warten. Dieser Zeitpunkt lädt zu einer strategischen Pause ein und weckt gleichzeitig ein Gefühl des Optimismus hinsichtlich der bevorstehenden Finanzlandschaft. Himmel für heute Wenn Mercury seinen letzten Tag in ihrem Finanzsektor beendet, werden sie mit dem klugen finanziellen Scharfsinn ausgestattet, der nötig ist, um weiterhin im Finanzspiel engagiert zu bleiben. Es herrscht ein bemerkenswerter Mangel an Dringlichkeit, sodass Sie die Dinge ohne die Last des Überdenkens angehen können. Während sich Sonne und Mars noch in der Anfangsphase ihrer Präsenz in ihrem Finanzsektor befinden, bietet die Aussicht auf die rückläufige Wende von Mercury die Gelegenheit für einen Doppelbesuch vor Weihnachten und unterstreicht die Bedeutung des heutigen Fokus auf geistige Klarheit. Akzeptieren Sie Veränderungen in Ihrem Leben, anstatt davor zurückzuschrecken, der heutige Tag verspricht, neue Menschen kennenzulernen und sinnvolle Beziehungen zu pflegen. Stellen Sie sich beruflich neuen Herausforderungen ohne Angst, denn das Glück scheint Ihre Unternehmungen zu begünstigen. Betrachten Sie bestimmte Situationen als Chance zur persönlichen Weiterentwicklung und seien Sie offen für eine Flut unkonventioneller Ideen und Vorschläge. Trotz der Wirksamkeit alter Methoden ist es ratsam, aufgeschlossen zu bleiben und alle Optionen auszuloten. Sich mit unterschiedlichen Perspektiven zu umgeben, kann Zusammenhänge und Möglichkeiten offenbaren, die bisher übersehen wurden. Diese neuen Erkenntnisse ermöglichen es Ihnen, Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln anzugehen und so das Potenzial für dynamische und innovative Lösungen zu fördern. Die bevorstehende Rückkehr von Merkur in Ihren Einkommensbereich steht im Einklang mit Plutos letztem vollen Tag und betont den Fokus auf die breitere Finanzlandschaft. Gleichzeitig schafft es der Mond, seinen monatlichen Besuch in Ihrem Finanzsektor einzuschränken und bietet so die Möglichkeit, Geldangelegenheiten ohne nennenswerten Widerstand oder Konkurrenz zu beurteilen. Mit Blick auf die Zukunft wird die Einkommensseite der Finanzgleichung bis zur Rückkehr des Mondes im nächsten Monat noch stärker an Bedeutung gewinnen. Der heutige Tag ist ein wertvoller Moment, um die Finanzdynamik einzuschätzen und so einen reibungsloseren Übergang und ein besseres Verständnis der sich entwickelnden Finanzlandschaft zu gewährleisten. Wir sehen uns beim nächsten Mal.